Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fantastisch! Ich will hemshaften! Ihr seid toll! Klatscht euch mal selbst! Am Keyboard, ihr habt sie schon erlebt, am Gesang und am Keyboard, war unser einziges Mädchen in der Band. Und wenn wir eins gelernt haben, ihr Lieben, dann ist es, dass Mädchen mindestens genauso rocken können wie Jungs. Am Keyboard war sie mit mir, Philipp! Am Schlagzeug, jetzt auch wieder mit fessiger Laune, am Schlagzeug der schönste Pathosaus, den es auf dieser Bühne zu staunen gibt. Am Schlagzeug unser Kompimoppi! Applaus Musik Am journey Wir werden wir both rocken. Wir werden wir Beverly Rocken rocken. Wir werden высchen gehen. Wir werden wir геро zehn Jahre... Borいく die Jahre An der Gitarre, unser Grache, und er kann sehr, 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 sehr gut Gitarre spielen. An der Gitarre, unser Riffi Raffi! Wir haben natürlich nicht noch einen Dino auf der Bühne, sondern wir haben noch einen Dino, der ist schon ein bisschen älter, aber der sorgt dafür, dass hier alles auf der Bühne immer rund läuft und das ist unser lieber Ingo. Ingo, Ingo, zeigt sich ganz kurz, Ingo! Ganz kurz zeigen, danke. Ingo, Ingo! 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 Wollt ihr ein bisschen mehr zu tun als sonst? Und wenn euch der Sound gefällt und wenn euch das Licht gefällt, dann müsst ihr euch einfach mal umdrehen, ans Mischfurt gucken und da einfach den Kalli und den Michael Danke sagen. Danke, Micha! Danke, Carly!